Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Silvan von grabeldecken-vergleich.de. Auf unserer Webseite stellen wir dir die besten Grabeldecken mit Spielbögen und viele weitere Babyartikel vor. In diesem Video haben wir die Fisher-Brice Rainforest-Erlebnis-Decke aus dem Hause Martell im Test. Bei Amazon wird diese Grabeldecke als Bestseller gelistet. Grund genug für uns, einen genaueren Blick auf das Produkt zu werfen. Der erste Eindruck Die im Jahr 2012 von Martell vorgestellte K4562 Fisher-Brice Rainforest-Erlebnis-Decke besitzt eine recht bunte, aber nicht zu schrille Gestaltung. Die Farbgebung wirkt insgesamt sehr stimmig. Der Name ist Programm. Bei Rainforest müssen wir sofort an einen Regenwald denken, in dem man eine Menge Spaß haben kann. Sofort ins Auge fällt die große, freundlich lächelnde Giraffe, die eines der vier Enden des Spielbogens ziert. Die Matte selbst zeigt ein grünes Rasenmuster, in dessen Mitte ein blauer Wasserfall zu einer lachenden Sonne herabläuft. Das Material besteht aus Plüsch, Stoff und Polyester. Dieses ist optimalerweise nicht nur abwaschbar, sondern kann komplett in der Waschmaschine gereinigt werden. Die Größe der Decke beträgt 73,7 x 59,2 cm. Das ist ideal, weil du ein einzelnes Baby darauf spielen lassen möchtest. Doch auch wenn du Zwillinge oder zwei kleine Kinder hast, die du auf die Decke legen möchtest, sollte der Platz ausreichend sein. Krabbeldecke mit Musik Über ein am Gipfel angebrachtes Gerät kannst du Musik abspielen. Eltern können über einen oben angebrachten Schalter den Musikspieler ein- und ausschalten sowie die Lautstärke regulieren. Von oben aktiviert startest du Musik- und Tiergeräusche bzw. Naturgeräusche mit einer Spieldauer von etwa 15 Minuten. Danach schaltet das Gerät automatisch ab. Die Erwachsenen können hierbei zwischen drei verschiedenen Einstellungen wählen. Neben einer Mischung aus Musik bzw. Klängen und Tiergeräuschen können sowohl die Klänge als auch die Tiergeräusche separat aktiviert werden. Aber auch dein Kind selbst kann in Rückenlage die Musikbox aktivieren. Hier wird, im Gegensatz zur Aktivierung durch die Eltern, eine kurze Spieldauer angesetzt. Damit dein Baby die Musik aktivieren kann, muss es an einem von zweien am Gerät angebrachten Schmetterlingen ziehen. Dieses soll die Hand-Augen-Koordination fördern und bietet deinem Kind eine gewisse Belohnung für seine Anstrengungen. Das Ziehen am Schmetterling ist eher etwas älteren Kindern vorbehalten. Setz es doch eine gewisse vorhandene Koordination der Hand voraus. Die Klänge und Naturgeräusche sind abwechslungsreich. Ohrenbluten nach der zehnten Wiederholung ist sicherlich nicht zu befürchten. Am Musikplayer sind kleine Lichter in Form von Schmetterlingen angebracht. Diese Leuchten passen zur Musik. Das finden wir eine schöne Idee. Für den Musikspieler werden drei AA-Mignon-Batterien benötigt. Diese werden allerdings nicht mitgeliefert. Ein Tausch der Batterien ist einfach möglich. Das Batteriefach ist jedoch ein wenig versteckt und mit Schrauben gesichert, sodass auch ältere Kinder nicht ohne weiteres mit potenziell riskanten Gegenständen in Berührung kommen können. 10 interaktive Spielmöglichkeiten Die Fisher-Price-Erlebnisdecke bietet 10 interaktive Spielmöglichkeiten. Am Spielbogen hängen zahlreiche liebevoll gestaltete Tiere. Diese sind entweder aus Stoff gefertigt oder aus einem Material, welches das darauf Kauen deines Babys ermöglicht. Laut Hersteller sind diese BPA-frei und sollten daher für dein Baby gesundheitlich unbedenklich sein. Neben der bereits erwähnten großen Giraffe, die ein Ende des Spielbogens säumt, finden sich auch an den anderen drei Enden des Spielbögen kleine Tiere. Hier hat Fisher-Price penibel darauf geachtet, dass dein Baby seine Sinne mit jedem der Spielmöglichkeiten auf unterschiedliche Art und Weise erfahren kann. Ein kleiner blauer Elefant mit riesigen rosa Ohren ist daher nicht nur goldig anzusehen, sondern sitzt auch auf einer Art Ball. Dieser besitzt unterschiedliche Farben und kann gedreht werden. Dabei rasselt er. Damit stimulierst du nicht nur die visuellen Sinne deines Babys, sondern auch die haptische Fähigkeit sowie das Gehör. Oben von der Decke herab hängen zwei Schmetterlinge. Auch diese beiden haben freundlich lächelnde Gesichter und können bei deinem Kind eigentlich nur gute Laune erzeugen. Die Schmetterlinge dienen zeitgleich auch als Aktivierungsschalter für den Musikplayer, den wir im vorherigen Abschnitt bereits vorgestellt haben. Auch die Tiere sind toll gemacht. Ein Bär, der in seiner Optik an Winnie-Pooh erinnert, ist ebenso an Bord wie ein kleiner Zwerg und ein bunter Papagei. Alle fassen sich angenehm an und sind sehr gut verarbeitet. Die Spielmöglichkeiten und Tiere lassen sich im Übrigen frei positionieren. Durch die Ringe mit Clip-Halterung kannst du selbst festlegen, wo welches Spielzeug hängt. Dadurch kannst du die Anordnung auch regelmäßig variieren. Langeweile kommt bei deinem Kind also sicherlich so schnell nicht auf. Interessant ist auch der Spiegel, der am Maul der Giraffe hängt. Dieser kann von deinem Kind genutzt werden, wenn er sich in Bauchlage befindet. Dies dient insbesondere der Persönlichkeitsentwicklung. Aktuelle Studien haben gezeigt, dass Kinder in der Regel in einem Alter zwischen 12 und 18 Monaten beginnen, sich im Spiegel selbst zu erkennen. Zuvor erkennen sie sich nicht, sondern so vermutet man eine andere Person. Die Pflege Wir kennen das. Ruckzuck ist die Decke angesabbert oder anderweitig dreckig. Deshalb ist es so wichtig, dass man die Decke und die Spielzeuge gut reinigen kann. Bei der Fisher-Price Rainforest lässt sich die Decke problemlos in der Waschmaschine reinigen. Der Hersteller empfiehlt eine kalte Wäsche. 30 oder 40 Grad sollten ideal sein. Auch die Tiere lassen sich in der Waschmaschine reinigen. Auf rutschigen Böden wie Fliesen oder Parkett solltest du unter die Spieldecke am besten noch eine Anti-Rutsch-Unterlage legen. Die Decke ist nämlich ein wenig rutschig, sodass es passieren kann, dass dein Kind beim Spielen auf glattem Untergrund die Decke zusammenknauscht. Besser wäre es, wenn die Decke direkt eine integrierte Anti-Rutsch-Beschichtung an der Unterseite hätte. Aus unserer Sicht ist dieser Makel in Anbetracht der sonst überzeugenden Produkteigenschaften zu vernachlässigen. Fazit Die Materie K4562 Fisher-Price Rainforest Erlebnisdecke ist ihr Geld wert. Für einen vergleichsweise geringen Preis gibt es viele Spielmöglichkeiten für dein Baby bei hoher Qualität und liebevoller Gestaltung. Der Aufbau ist einfach und stabil. Die Natur- und Tiergeräusche aus dem Musikplayer werden auch nach vielen Wiederholungen nicht langweilig, weder für dich noch für dein Kind. Die Idee mit dem Spiegel finden wir klasse, fördert es doch möglicherweise die Persönlichkeitsentwicklung deines Babys. Mit dieser Spieldecke kannst du aus unserer Sicht nichts falsch machen. Von uns erhält die Martell K4562 Fisher-Price Rainforest Erlebnisdecke daher eine klare Kaufempfehlung. Für alle weiteren Informationen schau doch am besten auf unserer Webseite vorbei bzw. sieh dir das Produkt direkt auf Amazon an. Alle Links dazu findest du unterhalb in der Infobox.